Herzlich Willkommen zu Update Kompakt am 17.01.2018. Mein Name ist Hildrik und das sind unsere Meldungen. Das Sturmtrieb Friederike kann morgen mit bis zu 150 Kilometern über Teile Deutschlands ziehen, sagt der Deutsche Wetterdienst heute. Am meisten betroffen soll Nordrhein-Westfalen, südliche Teile in Intersachsens, Nordhessen und Thüringen sowie Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt zahlen. In höher gelegenen Gebieten soll es sogar zu Böen mit über 120 kmh kommen. Zudem werden ausgiebige Niederschläge erwartet in Form von Schnee oder Regen. Die Deutsche Bahn waren für weitere Teile Deutschlands vor möglichen Einschränkungen wegen des erwarteten Sturmtiefs. Das katalanische Parlament kam heute nach der Neuwahl im Dezember wieder zusammen. So sollten in der konstituierten Sitzung der Präsident und der Vorstellung des Parlaments gewählt werden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Formats lag leider noch kein Endergebnis vor. Bis Ende Januar muss aber über die vorgeschlagenen Kandidaten für die Regionalpresidentschaft abgestimmt werden. Die konstituierte Sitzung gilt als Auftakt für eine neue Runde des politischen Tauzehens um eine mögliche Unabhängigkeit der Katalanen. YouTube verschärft die Regeln für die Schaltung von Werbung bei den Videos. Die Kanäle müssen mindestens 1.000 Abonnenten haben und eine Seedauer von mindestens 4.000 Stunden innerhalb der letzten zwölf Monate aufweisen. Vorher haben nur 10.000 Views gereicht. Videos für das Programm Google Preferred, das den YouTubern höhere Annahme beschwert, prüft YouTube nun manuell. Damit wird YouTube verhindern, dass Werbung vor extremistischen oder fragwürdigen Videos läuft. Im letzten Jahr haben einige Werbekunden die Google-Tochter dadurch verlassen. Mehr Informationen gibt es wie immer auf derho.tv.de. Das war Update kompakt für heute. Einen schönen Abend noch und bis morgen um 21 Uhr.